Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crysis, dem Alien-Massaker von 2007. 2007? Ja, 2007. Eieieiei, was eine verkorkste Woche, ey. Und es ist Freitag, wir haben gerade 17.04 Uhr, den 15.08. Toll. So, wir drücken eine beliebige Taste und sind... Ah, hier sind wir. Dann schicke ich meine Füße. Ja, genau, genau, genau. Über den Hügel. Und in Deckung. Und zwar, ich habe nochmal geguckt, ich habe meine Taktik überprüft. Und habe festgestellt, diese netten Kerl da hinten. Ich gebe zu, ich habe zwei Sekunden vorgespielt. Diese netten Herren. haben Nano-Suits mit definitiv überdimensionierten Maschinengewehren. Und das sind, ähm, keine normalen Maschinengewehre, das kann ich euch schon sagen. Was zur Hölle ist das? Hallo. Idiot. Ups. So, wir müssen das Gebiet hier sichern. Schade, da kommen wir nicht mehr hoch. Maximale Panzerung. Und wir werden jetzt aus dem Hinterhalt, haben wir vielleicht, nein, haben wir nicht, schade. Aus dem Hinterhalt werden wir jetzt unsere Freunde erledigen. Das sind die netten Herren da. Ich gucke mal kurz, ob es beim Sniper hier die, äh, Dingens gibt. Maus und Tastatur, Waffen. Irgendwie ruhig halten, Atem anhalten oder sowas. Schießen, Nahkampf, Feuermodus, Nachladen, Waffe weglegen, Fernglas. Nächste Woche Feuerwehrwaktion, Nachtsicht, Granattyp durchschalten, auf H, das ist auch wichtig. Sturmwaffe, Sprengstoff, Kurzstreckenwaffe wählen. Hm. Sieht nicht so aus. Mit Snipern ist es hier nicht so, ne? Energie kritisch. Das war Nummer 1. Grauenvoll. Maximale Panzerung. Das habe ich gemeint. Boi, ei, 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 ei. Die Sache definitiv überdimensioniert. Maximale Panzerung. Zielgesinkelt. Aktiviert. Energie kritisch. Psst. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Okay, das hat leider nicht ganz so funktioniert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Aktiviert. Was? Huuuuh. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist ein Panzer. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Moin, Kollege. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Jetzt wäre es richtig nice. Randgeschoss. Handfeld aktiviert. So, der Panzer gammelt da hinten irgendwo lang. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ganz ruhig. Jawohl. Energie kritisch. Komm. Checkpoint. Fahrenfeld aktiviert. Der lebt noch. Maximale Panzerung. Das ist mit den Typen ist nicht zu spaßen. Oh Mann, das sind gerade so schön viele. Maximale Panzerung. Das ist doch... Scheiße. Energie kritisch. Ich brauche ein richtiges Sniper. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Was habe ich denn noch so an Waffen? Nicht viel, ne? Fahrenfeld aktiviert. Energie kritisch. Verdammt. Also so aus dem Hinterhalt, das... Maximale Panzerung. Klappt leider nicht ganz so gut. Ich glaube, ich verwende doch mal die Brandgeschosse. Fahrenfeld aktiviert. Energie kritisch. Die rennen warum auch immer da hinten rum jetzt? Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ruhig brauner. Energie kritisch. Energie kritisch. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Fahrenfeld aktiviert. Schlau sind sie. Energie kritisch. Hey Digga. Maximale Panzerung. So, während hier vorne rum ist bestimmt der mit diesem scheiß Maschinengewehr. Ja, genau. Energie kritisch. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh man, unsere Jungs können die Lande... Die sind in 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 die Lande... Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Das gibt's nicht. Na endlich. So, jetzt nehm ich mal... Bau mal das gute Stück hier. Maximale Panzerung. Da! Hörbe! Ups. Das war ich nicht. Hoppla. Ah, dieses Ding ist geil. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Ist ja gut. Ist ja gut. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich bin total beweglich. Toll, das Ding ist schon leer. Oh, das war knapp. Ich will meine normale Knarre wieder. Die war besser. So. Zack. Maximale Panzerung. Dieser Panzer da vorne nervt mich ein bisschen. Ich schleiche mal andersrum. Vielleicht geht das. Okay, dann geht die Folge schon 10 Minuten und ist schon 5,3 Gigabyte groß. Na, geil. Sniper. Stört sich schon wieder was ab? Ich will mir jetzt diesen Sniper holen. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Sehr gut. Maximale Panzerung. Weil der Sniper sieht einen sofort. Tarnfeld aktiviert. Ist nur die Frage, wie kommen wir da unbemerkt hoch? Ah, da hinten. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Energie kritisch. Energie kritisch. Mal aufladen. Kurz warten. Und... Hopp. Ah, schade. Nein. Ach. Kacke. Komme ich da hoch? Ich will den Sniper haben. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ist ja gut. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Bewegung. Los. Was ist der denn? Ist wieder weg. Tarnfeld aktiviert. Na, da ist er doch. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Doch Scheiße Komm, stirb Das gibt's doch nicht Also die MP ist echt nur auf kurzen Distanzen gut Nein Puff Boah, Alter Was ein Drecksack Was ein Drecksack Puff Alter, die hat mich voll erwischt Energie kritisch Tarnfeld aktiviert Maximale Panzerung Also, das ist echt top Puff Kräftisch Ich muss das Gebiet irgendwie geräumen Ich brauch mal ne Durchschlagskrä... Eine bessere Waffe So, zack Zack Das war doch echt nicht... Ja, 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 ja Meine Fris Boah Boah So Wieder einer weniger Ist der schon wieder Also, die werden echt haarig, die Typen, glaube ich Maximale Panzerung Und ich hab keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll Probieren wir's mal in der nächsten Folge Vielleicht komm ich da und weiter Äh Ich kann die Folge nicht beenden Ja, ja Eh?